Herr Penso, Computer Center ist seit Jahren Cloud Leader, ausgezeichnet von ISG. Passt aus Ihrer Sicht die Cloud zum Public Sector in Deutschland? Zunächst ist es mir wichtig, den Begriff Cloud ein bisschen zu entmystifizieren. Wenn wir von Cloud sprechen, dann meinen wir virtualisierte, automatisierte und hochskalierfähige Rechenzentren. Und wenn man auf die Herausforderungen schaut, die die öffentliche Verwaltung heute hat, dann rankt sich alles um Digitalisierung. Und die Digitalisierung stellt in Zukunft Anforderungen an die Rechenzentren, nämlich agil auf Herausforderungen reagieren zu können, extrem skalierfähig zu sein und einfach in Betrieb. Welche Effekte erwarten Sie denn von der Cloud? Ganz gleich, ob wir von der Private, der Public oder der Multi-Cloud sprechen. Wir erwarten viele positive Effekte. Behörden sollen in Zukunft einfacher zusammenarbeiten können. In einer Cloud zum Beispiel über gemeinsame Datenhaltung oder über gemeinsam genutzte Systeme. Ebenso soll der Bezug und das Ausbringen von Services einfacher werden. Zu guter Letzt muss die ganze Infrastruktur gut betreibbar sein. Mit einer zentralen Cloud ist das natürlich einfacher als mit vielen dezentralen Infrastrukturen. Insgesamt würde die Verwaltung dadurch Komplexität reduzieren, alte Silos aufbrechen und zukunftssicherer werden. Wir glauben also, der Nutzen einer Cloud ist für die Verwaltung in Deutschland sehr hoch. Gibt es bereits Beispiele oder ist es zum aktuellen Zeitpunkt nur graue Theorien? Die Konsolidierung im Bund ist ein Paradebeispiel für den Einsatz von Cloud. Darüber hinaus gibt es aber auch konkrete Projekte in anderen Bereichen. Beispielsweise bei der Bildung und Forschung oder bei den Polizeien. Die Projekte sind zwar alle in unterschiedlichen Stadien, haben aber übergeordnete immer gleiche Ziele. Und die Hintergründe sind immer die gleichen. Man möchte gemeinsame Infrastrukturen mit ortsunabhängigen Zugriffen. Die Hintergründe sind, man will einfacher in Betrieb werden und verwaltungsübergreifend gemeinsame Datenhaltung und damit eine enge Zusammenarbeit möglich machen. Natürlich ganz wichtig, alles im Rahmen der Datenschutzgesetze. Aus unserer Sicht leuchtet das auch so ein. Aus Ihrer Sicht ist die Cloud also der nächste logische Schritt für die Verwaltung? Ja, das Ziel der Verwaltung ist ja die Digitalisierung. Und die Digitalisierung ist ein immerwährender Iterationsprozess, also sehr agil im Frontend. Was wir brauchen, ist ein stabiles, zukunftssicheres Backend, das stabil ist, aber genauso agil auf die Anforderungen von vorne reagieren kann. Wir wissen ja heute noch nicht, welche Services wir in fünf Jahren aus dieser Infrastruktur betreiben müssen. Eins möchte ich aber noch hinzufügen. Aus unserer Sicht schließen sich Datensicherheit und die Nutzung von Cloud-Technologien keineswegs aus. Wir wissen, dass unsere Kunden, die deutsche Verwaltung, ganz besondere Anforderungen haben, was die Datensicherheit angeht. Dem tragen wir Rechnung über unseren Portfolio-Baustein Digital Trust. Aus dem heraus, wir wollen uns um all diese Themen kümmern. Für Computer Center sind Cloud-Projekte immer auch Security-Projekte.